herzlich willkommen zu einem neuen video heute schminke ich ein fullface mit produkten die ich nicht leiden kann die ich nicht mag die sich einfach für mich als für mich persönlich als nicht gut herausgestellt haben klar es kann immer sein dass die für andere total super funktionieren dann freue ich mich für euch das ist toll bei mir klappt einfach nicht vielleicht liegt und der technik die ich benutze anwende vielleicht liegt irgendwie an anderen sachen keine ahnung ist so wegen ist so es werden niemals meine favoriten trotzdem dachte ich wir geben dem ganzen noch eine chance und schminken ein komplettes fullface ich werde beginnen mit den wonder love charm von fix and rouge das war mal in einer glossy box drin das soll der haut unter der foundation ein super glow verleihen ich bin der meinung man sieht danach nichts mehr also ich sehe da kein effekt so gut jetzt glänze ich wie eine specksparte ist aber nicht schlimm aber ich weiß halt nicht mir erschließt sich irgendwie der sinn nicht von solchen produkten weil ich jeder jetzt mit foundation drüber und puder das ganze dann noch ab und da kommt jetzt auch noch ein primer zwischen und irgendwie ist es dann nicht mehr da jeder kann das natürlich anders halten so jetzt nehmen wir ein primer und als primer benutzen wir den pure base filler von rivalde lup der soll sich ja wie so eine spachtelmasse in die poren legen und dann das hautbild natürlich glätten hat beim letzten mal bei mir überhaupt nicht funktioniert ich habe es außerdem nicht mehr benutzt versuchen was jetzt einfach wenn wir das haben kümmern wir uns um den andere bereich um die andere area und zwar ich habe von catrice ein andere primer aus der liquid camouflage reihe und der soll eben augenfältchen kleine falten linien unsichtbar machen hat bei mir noch nie funktioniert also macht die linien auch nicht schlimmer aber jetzt kommen wir aber zur foundation und die foundation die bei mir von allen foundations foundations die ich habe so am allerwenigsten funktioniert hat oder die die ich einfach als am wenigsten ausreichend betrachte für mich ist die rival love me triple filter makeup primer concealer foundation foundation ich habe auch noch diese flüssige von bei terry das habe ich ja schon ein paar mal gesagt aber die wollte ich echt nicht benutzen das ist einfach eine katastrophe bei mir und das nicht die als grundlage für ein full face nehme bin ich die ganze zeit nur am maulen nur am meckern nehmen wir die hier seht ihr wie das darunter läuft wo hätte ich die schütteln sollen also während ich diese auftrage gerade bin ich ehrlich gesagt gar nicht so sicher was ich an der so doof hand bis her hat die eine richtig gute deckkraft wirkt sogar in der kamera ein bisschen zu hell also die deckkraft ist nicht übermäßig so dass ich sage wow und ich habe das gefühl ist etwas fleckig aber ja also wie gesagt die der kraft ist nicht so das was ich möchte brauche aber ich bin da ja sowieso ein bisschen extremer das haben wir kommen wir zum puder und und beim puder habe ich wirklich gut überlegt und habe dann eins genommen als Hassprodukt der Hassprodukt kann man nicht sagen ich finde die puder von catrice im prinzip super ich habe jetzt hier das all matt plus genommen shine control powder mattifying ultra silky was ich an diesem nicht mag und ich habe das auch noch in einem anderen ton in einem etwas hautfarbenen ton hautfarbeneren ton ist dass es wirklich zu puderig aussieht also es ist das hätte ich mich in mehl gewählt und ich nehme wirklich nicht so viel davon oh ich lasse mal die augen frei da kommt ja noch concealer ist nicht mag das einfach nicht nicht meins als concealer habe ich diesen hier mitgenommen das ist der löscher instant age löscher von maybelline glaube ich oh mein gott das kann ich ja maybelline warum der auf meiner ich mag dich nicht liste gelandet ist ist weil er so super gehypt ist und ich das gefühl habe dass der bei mir die falten ganz krass hervorhebt und auch keine augenringe abdeckt ihr wisst ja ich bin eh kein concealer fan ich habe einfach nicht die haut unterm auge für concealer dafür sind die falten zu tief und im prinzip macht es jeder concealer noch schlimmer als vorher aber bei dem habe ich das gefühl es ist einfach ganz ganz heftig in der kamera sieht es ganz gut aus fein sieht in der kamera doch ganz gut aus so aber augenfältchen sind nicht verschwunden auch nicht die ganz 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 super fein die ich unterm auge habe also dieser primer da bringt bei mir nix sie ich habe immer das gefühl dass diese hier gerade wenn ich jetzt so runter gucke noch viel krasser wirken durch ein concealer als vorher ne mir gefällt das nicht wenn ich in spiegel gucke finde das schlimmer als vorher aber gut macht gar nichts ich sehe aus wie ich aussehe dann genau einmal zu ende pudern damit da jetzt auch nichts verrutscht ja also die base ist in ordnung aber ich sehe doch ganz 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 viele kleine rötungen noch und einfach so farbunterschiede so extreme farbunterschiede und ich mag es einfach extrem unnatürlich eine komplette einheitliche farbe als foundation ja womit machen wir weiter machen wir mit den augenbrauen weiter für die augenbrauen habe ich den eyebrow japan von rival loves me in der farbe dark chocolate es ist weniger die farbe die mich stört als dieses riesengroße dingen ist einfach nicht schön also ich bin ja jetzt nicht die die sich hier präzise herrchen für herrchen malt aber da hier dieser pen also diese mine ordentlich farbe abgibt es ist hier wirklich leicht nicht komplett rum zu schmieren und hier ist kein spoolie dran und das mag ich auch gar nicht so und jetzt verschmiert man dieses ganze gel was da drin ist aber anders kriegt man die farbe halt echt nicht schön verteilt also ich denke wenn man die augenbrauen sehr sehr plakativ haben möchte und einfach einen stift sucht mit dem man sich die schnell ausmalen kann und dann nicht mehr groß darüber geht dann ist der vielleicht total super aber auch nur an den stellen wo die augenbrauen nicht zu fein sein sollen weil ja der ist eben nicht fein und filigran der ist eher etwas wie heißt das für die schnelle augenbrauen für die schnelle klecksige augenbrauen gut man kann es schön sauber machen das geht ganz gut seht ihr dann hat man die brauer auch in in form aber ich weiß nicht macht damit einfach irgendwie nicht so wirklich spaß wegen dem ganzen gekleckse gut kontur welchen kauf ich tatsächlich bereue nicht mehr tätigen würde ist diese nix gesichtspalette weil ich kann mit der farbe nicht anfangen ich kann mit der farbe nicht anfangen weil die viel 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 zu rot für mich ist und super fleckig wird und die oberen hier das sind im prinzip die drei hier so gesichtspuder aber da nehme ich mir auch keine große palette ja und das ist so ein schimmer der oben links aber so richtig weiß ich auch nicht ja der ist ganz nett aber ich weiß nicht ich will ein highlighter nicht in einer kontopalette haben ist doch nicht warum ich sie mir überhaupt gekauft habe aber gut warum ich die palette noch nicht so gerne mag ist also ich nehme am liebsten diesen etwas kühleren ton hier den da alles einfach für mich gefühlt immer fleckig wird immer und jetzt nicht so patschelig fleckig sondern irgendwie immer so als wäre das gesicht dreckig anstatt konturiert und ich glaube was hat die gekostet 20 euro 22 euro im vergleich dazu diese kontur palette von essence für drei euro die ist der wahnsinn und ich nehme wirklich so wenig produkt versucht das wirklich auch nach und nach aufzubauen aber der richtig will nicht nicht ist nicht mein favorite ist einfach so die hat ziemlich gut funktioniert als ich ich habe hier bei ellis artists mitgemacht felicia marie hat eine reihe auf instagram gestartet wo man immer eine woche oder jetzt sogar zwei wochen zeit hatte sich zu einem bestimmten look zu schminken und ich hatte da mitgemacht bei dem thema optical illusions bild euch das blend euch das bild mal eben ein und da für den rand da hat die super funktioniert weil ich halt durch die verschiedenen braunen töne da noch so ein bisschen hell und dunkel schminken konnte aber macht mich not so very happy dann bronzer könnte ich jetzt auch aus der palette benutzen mache ich aber nicht welchen bronzer ich gekauft habe zwei dreimal benutzt habe und dann nie wieder angerührt habe ist tatsächlich auch einer von catrice der sieht total abgeranzt aus es ist der sun glow bronzer letztes jahr vorletztes jahr ich weiß auch nicht das schöne an dem ist der ist matt aber irgendwie mir die farbe hier nie so wirklich gefallen ich weiß auch nicht vor allem den total falschen pinsel dafür in der hand ich meine ja bronzer dürfen gerne warm sein und rot stichig aber der ist irgendwie habe ich das gefühl auf meiner haut der ist orange also richtig orange so terracotta farben und das vielleicht einfach nicht mein geschmack wenn so der ist nicht fleckig der wärmt schön auf gut das thema blush überspringen wir weil es gibt kein blush auf der welt dass ich nicht mag wenn es leicht pigmentiert ist dann knall ich mich halt von oben bis unten zu damit wenn es stark pigmentiert ist knall ich mich auch von oben bis unten zu damit ich liebe blush ich habe jetzt irgendein blush genommen weil ich dachte auf welches wenn du müsstest wenn man dich sonst erschießt welches könntest du als erstes hergeben wenn du müsstest und da habe ich dieses genommen von rival loves me weil die farbe einfach so die ist auch schön aber die habe ich irgendwie in drei vier anderen blush paletten auch drin also es ist kein fail es ist blush schön das näschen so highlight kein produkt bisher an das ich mich irgendwie erinnern kann irgendwie hat mich so krass enttäuscht wie das und zwar geht es um einen highlighter und es geht hier um den highlighter aus der 183 tage reihe die es nicht mehr gibt von train it up und zwar ist es dieser highlighter pyramide vielleicht funktioniert jetzt aber ich habe das gekauft drei vier mal benutzen ist es fast fast nichts passiert auf meiner haut nichts vielleicht jetzt weil vorführeffekt kann schon sein ich bin da jetzt wirklich ordentlich rein könnt ihr sehen staubt auf jeden fall hier flimmert schon alles in der luft mini mehr als beim letzten mal tatsächlich aber fehlt auch nicht wenn ich 300 mal aufbaue ein bisschen mehr ja die seite hat jetzt etwas mehr glow als die andere seite auch hier cupids bow normalerweise wenn ich ein highlighter habe und da drüber gehe dann sind die es sieht sofort aus als hätte ich milch getrunken jetzt im finger nee also ich stehe ja nicht so auf highlighter die einen sofort weg beamen bis nach weiß nicht wohin aber das muss man auch mit der pyramide ins gesicht gehen also ich kann verstehen dass die die marke wieder rausgenommen haben das ist ja das ist ja nichts hier das ist so nett das ist so scheiße entschuldigung aber das ist so ich kacke ja aufbauen schön und gut und jetzt es sieht okay also mehr als meine erinnerung hat nicht so viel abgegeben ähm ich möchte da auch nicht jetzt stundenlang stehen und gut bleiben wir aber beim thema highlighter und ich hätte hier nämlich auch noch die komplett andere richtung ich habe hier ein leider mittlerweile ziemlich dreckigen verurteilt mich nicht ähm highlighter von i love make up ich glaube das ist haben beauty ich weiß auch nicht das ist auf jeden fall der unicorns hart highlighter und der sieht so aus und der ist genauso krass wie er aussieht und der gibt ganz dicke schimmer pigmentchen ab also richtige furchtieren also wenn man hin und her geht sieht er so aus lila sieht so aus gelb sieht so aus so versucht dann immer in alle so ein bisschen zu gehen und hier mal ich finde das ist ja kein highlighter das ist ja als hätte ich mir silber spray ins gesicht gespült aber gut ist die wie ich meine also hier im spiegel sieht es auf jeden fall übertrieben aus ganz übertrieben und ich habe den falls ich mal irgendeinen ganz extremen effekt machen möchte ansonsten ich möchte nicht mal sagen dass ich eine mischung aus beiden haben möchte möchte eine mischung aus beiden haben vielleicht 90 prozent hier von zehn prozent von dem dann wäre okay aber auch nicht diese groben glitter pigmente ich hole euch mal eben ran also der ist jetzt auch nicht so er ist viel zu krass ja die poren hm ich habe nicht das gefühl dass der pure filler etwas gebracht hat vor allem nicht da hallo krater landschaft ist aber nicht schlimm also ich hoffe ihr könnt mir bis hierhin folgen warum ich diese produkte einfach nicht super gerne benutze ja dann geht es weiter mit den augen und zwar ich habe hier einmal eine eyeshadow base auch von rival loves me eyeshadow glow base und highlighter die da habe ich das gefühl die verrutscht einfach bei mir und ich habe hinterher trotzdem das produkt überall also den lidschatten ob ich sette oder nicht und das lustige ist ich habe den auch noch mal in matt der ist etwas matter aber der schimmert immer noch wie die sau ne also der schimmert groß wollen wir auch direkt setten ich habe eine lidschattenpalette mitgebracht auch von mein gott das wird ganz schön rival de loup lastig sorry rival de loup und rival de loup young und rival loves me aber ihr habt doch tausend sachen die ich richtig richtig gut finde und zwar habe ich hier diese glitter boom palette eigentlich sind die farben ganz schön das sind sogar erst mal die verpackung bitte hallo oh liebe ich die farben hier drin die sind schön die sind okay aber ich habe vier matte töne davon kein mit dem ich irgendwas verdunkeln kann also ich kann hiermit aufhellen damit irgendwie setten ja und dann habe ich ein dunkelblau und schwarz und der rest ist metallisch und ja ich mag kalte farben deswegen habe ich mir auch die palette gekauft aber alles jetzt nicht so der knüller und das ist schon komplett verrutscht da also ich sette jetzt als erstes mal mit diesem mit dem ton wollen natürlich trotzdem was schönes irgendwie hier zaubern und ich erinnere mich auch daran dass die dunklen töne also das schwarz hier sowieso aber auch dass der ton hier ziemlich fleckig war bin aber nicht mehr ganz sicher aber wir werden das jetzt ausprobieren jetzt mit einem kleinen fluffigen blendepinsel in den dunkelblau ton und packen wir den hier außen drauf oh der ist sogar beim auftupfen schon fleckig ja also wenn ich jetzt denke so für den alltag jetzt schon keine lust mehr weil es nervt halt einfach wenn man so lange rumhampeln muss möchte wenigstens zwischendurch selbst wenn ton anfang fleckig ist und ich muss den aufbauen möchte ich wenigstens so sehen beim schminken wo das ganze hinführt und ob sich das lohnt versteht ihr wie ich das meine aber ich bin hier noch gar nicht sicher wie das am ende aussehen soll aber gut dann nehme ich mir den von gerade gehe noch mal ein bisschen in den ton vom anfang und versuche den aus zu blenden hier so ein bisschen und der ton so nö mädchen nö hallo oh also hier lässt es sich super ausblenden da hier nicht so wirklich oh oh das wird ja fürchterlich ich denke die schimmerfarben werden gleich alles wieder retten ja so ist doch okay denke schöner wird es nicht mit ein bisschen schimmer hinterher flashes passt das alter schwede okay nee also man sieht echt schön aus aber bisher ist es nur so semi geil aber gut ich gehe jetzt mit so einem flachen synthetik pinsel erst in diesen ganz dunklen schimmerton den packen wir uns hier außen aufs lied mit dem selben pinsel gehe ich dann in diesen mittleren ton dieses grau die sind so weich also wirklich schön weich und geben viel pigment ab man meint so wow das ist voll der burner hier und dann nix fleck push und innen nehmen wir diesen so der ist schön da tut sich auch was also keine ahnung wie es in der kamera aussieht im spiegel ist es so eine mischung aus ne geht gar nicht und wenn ich jetzt 37 augen zudrücke ist es ganz nett so ich mische jetzt mal den und den hier so ein bisschen miteinander in der hoffnung dass die schimmerpartikel von dem dafür sorgen dass der hier weniger fleckig wird oh ja das hat aber auch ganz gut funktioniert guck mal außer da die lieblingsstelle wieder krass ey je öfter ich da drüber gehe umso weniger farbe habe ich da das hasse ich ja ne wenn sowas passiert ja ja es kann ja auch nicht immer alles geil sein so mit dem blau ton gehe ich natürlich auch unten einmal lang verbinde das ein bisschen so noch ein bisschen von dem schwarz habe halt Angst dass das dann noch so glücklich wird so ein bisschen hier so vertiefen hm hat das jetzt was gebraucht ich weiß das nicht so ein bisschen hier aufräumen da habe ich kickback fallout dingens nehme jetzt nochmal diesen blau ton den da mit dem finger doch nochmal hier so hin ich bringe das was bisschen ne bisschen guck mal hm besser als vorher ich meine ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß blau ist super 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 schwierig aber warum warum in drei teufels namen packe ich da dann nur ein einzigen blau ton rein dann auch noch so ein schwieriges ne gut schwierig sind ja alle so ein jeans blau ähm mache ich doch dann gar nicht dann pack doch noch ein kühles braun irgendwie mit rein mit dem man das wenigstens ein bisschen ausblenden kann oder ach ne weiß ich nicht weil das der hier fleckig ist der der hat sich ja nicht eine sekunde irgendwo mal nicht fleckig gezeigt ich meine jetzt ehrlich so funktioniert es ja irgendwie äh wenn das da in echt immer noch nicht schön ist ähm nur ich meine wie lange soll man denn da sitzen und sich den lidschatten drauf machen ne also da nehme ich dann lieber andere paletten die nicht ganz so krass fleckig sind und baue mir meinen blauton auf und habe dann vielleicht sogar noch ein bisschen Auswahl die glittertöne sind schön die sind ganz nett hauen einen aber jetzt auch nicht übermäßig von der socken nehme nochmal den ganz hellen so gut andererseits ich weiß nicht was ich bezahlt habe die waren im ausverkauf als ich die mitgenommen habe also keine fünf euro pro palette ich glaube weniger ich habe auch noch eine andere die ist außen lila und innen drin sind so warme brauntöne perform ähnlich und auch die brauntöne sind da leider ein bisschen fleckig und also ähm wie ich letztens schon gesagt habe brauntöne habe ich so 1 2 ne brauche ich dann nicht muss ich dann muss ich mich nicht mit rumschlagen habe genug brauntöne und ich habe auch paletten da musst du bald nicht hingucken beim auftragen fast nicht gut dann habe ich noch ein produkt von manhattan wonderswipe 2 in 1 liner to shadow kann man also als eyeliner und als lidschatten benutzen so das ganze sieht so aus seht ihr schon und ich bin nicht der meinung dass man das ganz toll als eyeliner benutzen kann weil es super patschig wird mehr mache ich schon gar nicht da könnt ihr das sehen da habe ich angesetzt da ist dann ganz viel damit sofort mega 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 wenig und das ist auch so ein bisschen glibberig zu dem augenlook passt das jetzt ganz gut okay machen wir es auch noch aufs andere Auge ja das ist irgendwie nicht schön ich weiß nicht also ich hatte hier echt gedacht das ist mehr so ein ja wie so ein flüssiger eyeliner halt mit farbe und nicht so ein irrisierendes klecker gel wie schon gesagt was für mich nicht funktioniert kann für andere funktionieren wenn ich einfach zu blöd bin damit richtig umzugehen ist ist das okay dann ist das so so mascara ich möchte ja auch nicht sagen dass mich diese mascara extrem enttäuscht hätte ich liebe hiervon einfach diese pinke variante mit der schwarzen schrift mit dem gummibürstchen das ist jetzt die die i love extreme curl and volume mascara warum ich die nicht mag hat einen ganz einfachen grund ich mag eigentlich große bürstchen ich mag große bürstchen echt sehr gerne aber das was hier drin ist das spottet jeder beschreibung das ist fast so groß wie mein Auge das ist echt irre und ich schaffe es einfach nicht mir hier mit die wimpern zu tuschen ohne dass ich oben anhau und das ist für mich wenn ich mich morgens fertig mache der schlimmste ich bin so ein Lidschattenpingel und ich tusche jetzt aber auch nicht doll weil da ein bisschen Lashes drüber ich habe kein Kajalstift gefunden und auch kein Stift Eyeliner oder so Eyeliner Pen wüsste auch der geht gar nicht ich mag die alle deswegen habe ich auch keinen dabei unten die Wasserlinie bleibt wie sie ist gut ich klebe mir eben ein paar Lashes auf und da nehme ich welche die mag ich eigentlich aber die waren jetzt auch in so einem 10er Pack von ne 8er Pack ich glaube auch aus China Aliexpress die sitzen einfach sehr unbequem weil die ein wahnsinnig dickes Bändchen haben die werde ich mir nicht nochmal kaufen aber solange ich sie habe und sie einigermaßen funktionieren und das tun sie benutze ich sie noch hätten wir was fehlt noch der Mund so ich liebe alle meine Lippenstifte es gibt kaum welche bei denen ich sage dich liebe ich nicht abgöttisch tut mir leid da gibt es noch zwei und das sind beides metallische liquid lipsticks einer ist von Makeup Revolution und einer ist wieder von Rival de Loup Young ich weiß auch nicht habe es wohl hier einfach nochmal ausprobiert diesen hier habe ich schon länger einfach nicht meins die Farbe ist ganz nett aber erstens trocknen die nicht runter und ich mag das gefällt mir nicht unendlich auf meinen Lippen bei dem hier bei dieser Lip Liner mit bei deswegen nehmen wir den ich weiß nicht ob ihr das erkennen könnt aber der ist echt fleckig ich lasse es jetzt so so sieht der eigentlich echt ganz nett aus kann man ja nicht anders sagen aber ja der bleibt dann jetzt auch so also der trocknet ein kleines bisschen runter nicht komplett und ja das ist auch lustig die Farbe heißt Worth It und da muss ich sagen nein gut also alles in allem ist der Look denke ich ist ganz okay geworden ist echt ganz okay ich habe ganz schön viel Schimmer im Gesicht aber wo ich keinen Schimmer habe ist da da und da und das ist überall da wo ich keinen Highlighter aufgetragen habe was hast du gebracht gar nichts hast du gebracht ich sag's doch es ist irgendwie ein nettes Gimmick und es sieht vielleicht für Instagram auch total geil aus wenn man sich so ein Zeug ins Gesicht gibt und schöne Musik dazu und dann so lustige Gesichter macht ey ich bin davon auch echt ein Fan gar keine Frage aber ich denke man muss es halt auch einfach mal sagen wie es ist für mich ist es nicht mehr und ich empfinde meine Haut nicht als strahlend dadurch ich äh ne da strahlt die ein kleines bisschen aber da habe ich ja auch diesen unfassbar krassen Pyramiden Highlighter aufgetragen ähm ja ne ansonsten soweit mit dem Augenmakeup bin ich jetzt so am Ende ganz zufrieden so von Weitem sieht es ja ganz nett aus Lashes drüber alles cool ähm ist mir aber echt zu viel Aufwand also ganz ehrlich das Video geht jetzt über eine Stunde und ich glaube dass ich ja 40 Minuten nur für die Augen gebraucht habe und da habe ich einfach keinen Bock drauf also nein 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 habe ich nicht habe ich nicht hallo diese Zeit hätte ich deutlich besser investieren können in ein Mittagsschläfchen zum Beispiel ja äh ansonsten sieht ja das Rouge ist schön der Rest der überzeugt mich einfach nicht stellenweise ist das Puder sieht die Haut viel zu pudrig aus dann die beiden Highlighter sind einfach nichts für mich den einen sieht man gar nicht der andere ja keine Ahnung setzt kleine Scheinwerfer in meine Poren der Lippenstift trocknet null und ist fleckig Augenmakeup ist auch immer noch fleckig leider und an dem Auge da fängt es an zu creasen oh ja trotz der Base gut alles keine Überraschung es sind Produkte gewesen die ich irgendwie nicht mag die für mich nicht so funktionieren die einfach nicht überzeugen dann kann ich auch hinterher nicht sagen wow das ist das geilste Make-up das wäre irgendwie blöd was tatsächlich irgendwie ein bisschen cooler war als gedacht war die Foundation muss ich sagen und und der Pyramiden Highlighter war intensiver als ich dachte auch wenn da nicht wirklich viel passiert ansonsten haben mich die Produkte nicht enttäuscht sage ich mal die haben genauso performt wie es halt erwartet in diesem Sinne ihr lieben das war es mit diesem Video wenn es euch gefallen hat lasst mir bitte bitte einen Daumen nach oben da ich würde mich total freuen abonniert den Kanal und aktiviert unbedingt die Glocke dann verpasst ihr kein weiteres Video ich lade jeden Freitag und Sonntag ein Video für euch hoch ab und zu auch mal ein Zusatzvideo Montag Dienstag oder Mittwoch das aber selten in diesem Sinne ich hoffe ihr bleibt gesund ihr passt auf euch auf wir sehen uns beim nächsten Mal wieder tschüss